Hallo, ich bin Maik. Ich stehe hier vorm Rathaus in Hannover. Wir machen heute das Pimp Your Town Projekt und jetzt gehen wir einfach mal rein. Ich komme von der BBS 6 und mache eine Ausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker Schwerpunktkarosserie. Meine Erwartungen an den Tag? Ich stelle mir den Tag sehr interessant vor, dass man so ein bisschen mal Politik zum Anfassen hat, damit man mal so sieht, wie es hier so abgeht. Ja, definitiv kommen unsere Anträge gut an. Wir haben uns sehr viele schöne Sachen überlegt, sehr viele nützliche Sachen auch. Wir haben natürlich nicht nur unsere Interessen berücksichtigt, sondern auch von anderen Leuten Interessen. Ein Antrag zum Beispiel, den ich selber geschrieben habe, das war der, dass man zu späterer Zeit schneller fahren kann, zum Beispiel auf der Fahnenwalder Straße, weil ich eigentlich abends ganz oft auf der Fahnenwalder Straße unterwegs bin und teilweise dieses gekriegte Schneckentempo ist halt immer relativ nervig und ja, wenn man halt zu schnell fährt, dann gibt es auch wieder Ärger. Deswegen haben wir uns gedacht, so, machen wir das Ganze doch einfach mal ein bisschen schneller. Also sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, der Rat möge beschließen, der Antrag lautet, zügiger fahren zu später Stunde. Die sind gut. Ja, also wir waren gerade mit meiner Klasse und drei anderen Klassen aus anderen Schulen im Mosaiksaal und ja, wir haben halt Anträge durchgesprochen und abgestimmt darüber, ob wir sie annehmen oder ablehnen wollen. Die Anträge der anderen Schulen waren halt auch alle sehr eigenbezogen, sage ich mal. Jeder hat so seine eigenen Interessen sozusagen vertreten. Also wir hatten ja auch sehbehinderte Schüler, die haben sich dann viel mehr dafür eingesetzt, dass zum Beispiel Hannover ein bisschen behindertengerechter wird. Die anderen, die hatten wiederum Interessen dahin, Plätze für Jugendliche zu gestalten. Wir wiederum waren dann mehr so diejenigen, die ein bisschen mehr in Richtung Straße, Verkehr gegangen sind. Und ja, es war halt eine bunte Mischung und man hat schon so gemerkt, dass jeder halt so für seine Sache steht. Also wir besprechen das Ganze dann gleich in den Fraktionen und dann sozusagen die Anträge, die uns am wichtigsten waren, sprechen wir nochmal durch und stimmen darüber dann ab. Und das ist immer das, was das Ansehen der heutigen Jugend, so wie die ganzen älteren Leute heutzutage sagen, achte Jugend von heute, achte Jugend von heute. Weil die sehen keine positiven Sachen von uns, sondern die sehen immer nur negative Sachen. Und deswegen haben wir das in unserem Ausschuss abgelehnt. Dann fühlt man sich halt auch so ein bisschen verlassen von der Politik so als Jugendlicher. Was mich genervt hat und wo ich war. Ja, ich war gerade hier drüben im Saal mit meiner Fraktion zusammen, quasi meiner Schulklasse. Und ja, was hat mich genervt? Genervt hat mich, dass mein Antrag leider nicht durchgekommen ist. Das, was ich euch vorhin erzählt habe mit dem ein bisschen schneller fahren ab 22 Uhr. Haben sie leider nicht mit reingenommen. Und ansonsten war eigentlich alles gut. Also gleich geht es in die Ratssitzung. Und ja, dann stimmen wir über unsere Anträge ab und auch über die anderen. Und ja, mal gucken, was wir durchkriegen und was nicht. Was diese Jugendplätze angeht, würde ich mal sagen, dass das Angebot, was auf diesen Plätzen zur Verfügung gestellt wird, dass es natürlich sich von normalen Spielplätzen abhebt. Auf normalen Spielplätzen haben wir zum Beispiel ein Klettergerüst oder einen Sandkasten. Auf Jugendplätzen wäre es dann halt eine Halfpipe oder ein Basketballplatz oder ein Fußballboker. Ja, deswegen etwas, wo ein bisschen verstärkt mehr auf die Jugend geachtet wird, wo die Jugendlichen sich treffen können und nicht, wo noch irgendwie Kleinkinder dazwischen sind, sondern einfach nur, dass richtig Acht auf die Jugendlichen gegeben wird. Dankeschön. Ich habe mich entschieden schon eigentlich einheitlich abzustimmen und gemeinsame Sache zu machen, weil es dann einfach ist, was durchzubringen. Ich fühle mich am anstrengendsten, die ganze Zeit konzentriert zu arbeiten, so wenig wie möglich rumzualbern, aber man will ja auch was durchsetzen, also muss man auch konzentriert sein. Der Tag allgemein, der war echt interessant, es war mal was Neues kennenzulernen, mal so Politik wirklich mal sehen, wie läuft das eigentlich, auch mal was bestimmen dürfen. Das ist ganz cool gewesen. Es ist auf Politik und es ist am Anfang sein, Politik und es ist am Anfang sein. Eiffel. Eiffel. Eiffel.